Alle, 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 alle! Alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Eine Straße, viele Bäume... Und das ist... ... eine Halle... Hallo Sportlings-Brain-Brain! Ja! Wie groß das ist? Schön, dass ihr da seid. Wir sind Wiebke und Reim und die Sportlinge am Morgen von MDR Sportling. Leute, hat das jemand so voll hier? Ich kann mich selbst daran erinnern, ich flippe aus. Also, wir haben mit euch vor jetzt, das größte Festivalfoto der Welt aufzuwählen. Der Welt! Das wird so und so geil, Leute. Und zwar, Leute, folgendermaßen, am besten dreht ihr euch alle mal um. Und zwar in die Richtung gucken zu dieser Tour. So, der da steht. So, wer gut? Alle umdrehen, alle umdrehen. Die Idee ist, dieses Foto, das wir machen, gerade unter Facebook grob, da kann sich jeder suchen und sich markieren. Was für eine geile Erinnerung an das Wochenende, oder? Genau, also 10. Sehr gut, bei 3, lassen wir alle aus. Wir zählen runter oder raus? Ja, runter, wir zählen runter. 3, 2, 1, und aus! Leute, das macht man doch mal. Was solltet ihr euch erzählen, wenn ihr das hier zieht? Was solltet ihr euch erzählen? Was solltet ihr euch erzählen? 3, 2, 1, und aus! 3, 2, 1, und aus! Aber, oh! Das ist nicht so verauere Selle! Das ist immer nur Feuerwerk, das ist echt gefährlich! 3, 2, 1, und aus! Sportlix Brain Break Foto! Okay, sehr gut, vielen Dank, ihr könnt euch wieder umdrehen! Also, das Foto laden wir hoch auf unser MDA Sportlix Facebook-Grofe. Merkt euch in etwa, wo ihr steht! Und markiert euch dann! Ja, heute Abend oder morgen suchen! Und dann könnt ihr euch schön markieren! Jetzt viel Spaß noch heute Abend bei den Sportlix Brain Break! Gleich hier im Materia! Wuuuuh! Wuuuuh! Wuuuuh!